Ein Elefant! Professor Bode, bitte in den OP. Professor Bode, bitte in den OP. Im Krankenhaus. Hörspiel von Gabriele Herzog. Das ist kein Irrenhaus. Das ist ein Krankenhaus. Entschuldigung, Oberschöster Isolde. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Schöster Isolde. Sind Sie früh heute, Wuppe? Hallo Eva, hallo Claudia. Hallo. Grüß dich, Schwesterlein. Bist ja schon da. Weil ich gleich wieder weg muss. Na, hör mal. Gruß und Kuss von Mama und Papa. Sie kommen morgen. Und das soll ich dir geben. Das Radio, toll. Und so klein. Ich kann es mir bequem auf den Bauch stellen. Schmeiß doch mal an das Ding. Warum mussten du wieder weg? Heute ist doch unser Schulfest. Und Carsten und ich sind für das Sackhüpfen verantwortlich. Sackhüpfen. Ist ja was für Babys. Ich organisiere ja nur. Gar nicht für Babys. Sackhüpfen ist besser als Krankenhaus und Gipsbett. Mann, Tilli, reg dich ab. Alles ist besser als hier rumzulegen. Macht ihr auch Disco? Klar, zwei Stunden. Oh, immer wenn was Schönes ist, bin ich nicht dabei. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir melden uns direkt aus dem Tierpark Berlin, um Ihnen die Sensation präsentieren zu können. Wir begrüßen bei uns ganz herzlich Herrn Stiesel, den Elefantenober... Pardon, den Oberelefantenpfleger. Er ist verantwortlich für alle Elefanten des Tierparks. Herr Stiesel, freuen Sie sich über den Elefantennachwuchs? Aber selbstverständlich. So etwas ist immer ein großes Ereignis und kommt nicht alle Tage vor. Und dann ist unser kleines Elefantenfräulein auch ganz besonders bezaubernd. Ja, bezaubernd und begabt, wie man hört. Wir sind alle sehr stolz, aber es gibt ein großes Problem. Ein Problem? Ja, wir hier im Tierpark können uns nicht einigen, wie unser Elefantenbaby heißen soll. Na, vielleicht können uns unsere Hörer helfen. Ach, wenn das ginge. Aber natürlich. Liebe Hörer, was halten Sie von einem Wettbewerb? Wer findet den schönsten und originellsten Namen für die kleine Elefantendame? Den Sieger laden wir natürlich zur Taufe ein. Ach, na toll. Also, wer findet den schönsten und originellsten Namen für die kleine Elefantendame? Elefantentaufe, einfach toll. Noch nie gehört Elefantentaufe. Ob Sie den Elefant mit Sekt begießen? Quatsch, mit Soße. Das ist doch noch ein Baby. Bei Schiffen machen Sie es so. Überlegen wir lieber, wie der Elefant heißen soll. Kein Bock. Er könnte Sven heißen. Sven? Der Elefant ist ein Mädchen. Sven, so heißt bei uns die halbe Klasse. Dann eben Manuela. Genauso doof. Ich möchte wissen, warum ihr euch streitet. Zur Taufe können wir doch nicht. Warum nicht? Und wenn wir gewinnen? Wenn wir den allerschönsten Namen finden? Klar, wenn wir gewinnen, laden sie uns ein. Denkt ihr, die Taufe ist erst in einem halben Jahr? Ihr seid Schafe. Tilli muss hier noch vier Monate liegen. Und bei uns beiden dauert es auch noch mindestens acht Wochen. Ob nun Taufe oder nicht. Der Elefant sieht in einem halben Jahr genauso aus wie jetzt. Dann kannst du ihn immer noch sehen. Gar nicht. Er sieht gar nicht so aus wie jetzt. Nämlich jetzt ist er im Baby und dann ist er erwachsen. Und schon ganz groß. Große Elefanten habe ich schon oft gesehen. Im Tierpark, im Zirkus. Ich will keinen großen Elefanten sehen. Ich will das Elefantenbaby sehen. Tilli, vielleicht übertragen Sie die Elefantentaufe am Fernsehen. Bestimmt. Fernsehen. Du kannst ja Fernsehen. Entweder lebendig oder gar nicht. So. Reg dich ab, Tilli. Erst musst du den besten Namen finden. Finde ich auch. Und ich schreibe an den Rundfunk. Ihr werdet es ja sehen. Wer angibt, hat mehr vom Leben. Und wie soll das Baby heißen? Tilli. Tilli? Na klar, Tilli. Wie denn sonst? Mensch, ich muss los. Tschüss, ihr drei. Wann kommst du wieder? Freitag. Morgen kommen Mama und Papa. Um fünf. Das ist der Irrenhaus. Das ist der Krankenhaus. So, Evchen. Schön den Mund auf. Und schlucken. Claudia, du kannst das allein. Bist schließlich die Älteste. Ja, ja. Und am längsten hier. So, Tilli, jetzt bist du an der Reihe. So große Dinger, die kriege ich nicht runter. Na komm, viel dazu trinken. Wenn ich mich wenigstens hinsetzen könnte. Da, ich helfe dir mit der Schnabeltasse. Geh, na. Oh. In einer halben Stunde Chefarztvisite. Das mir aber auch alles tipptopp ist, Mädchen. Schwester Sabine, ich kann mich auf Sie verlassen. Selbstverständlich, Oberschwester. Ach ja. Hier ist noch ein Brief für dich, Tilli. Für mich? Ja, für dich höchstpersönlich. Vom Rundfunk, vom Rundfunk. Hurra! Hurra! Wahnsinn, toll! Ich hab gewonnen, Rima! Wahnsinn! Hurra! Hurra! Das ist kein Irrenhaus. Das ist ein Krankenhaus. Das ist kein Irrenhaus. Das ist ein Krankenhaus. Los, Tilli, mach mal auf. Schnell! Los, Tilli, mach doch mal. Beglückwünschen wir Sie. Sie. Unsere Juri hat sich für ihren Vorschlag entschieden. Am 1. Juni wird unser Elefantenbaby feierlich auf den Namen Tilli getauft. Dazu laden wir sie recht herzlich ein. Des Weiteren haben sie eine Jahreseintrittskarte für unseren Tierpaar gewonnen. Hätte doch nie gedacht, dass du wirklich gewinnst. Ich hab aber gewonnen. Und ich will Tilli sehen. So! Tilli, dann halt doch mal die Luft an. Soll denn das gehen? Ich will das Elefantenbaby sehen. Ich hab den schönsten Namen gefunden. Wenn du wieder laufen kannst, gehen wir in den Tierpark so oft du willst. Wenn ich wieder laufen kann, ist Tilli kein Baby mehr. Jetzt will ich sie sehen. Richtig lebendig. Tilli, hör auf zu weinen. Elefanten kommen nun mal nicht ins Krankenhaus. Und wenn du noch so viel heulst. Tilli, Claudia hat recht. Du kannst das Elefantenbaby nicht sehen. Weißt du was? Ich erzähl dir ein Märchen. Wisst du? Wieder eins, was du dir ausgedacht hast? Ja, wollt ihr? Klar! Mach mal. Das Märchen vom Großen, vom Kleinen und vom Starken Fritz. Oh, schau! Der Große Fritz und der Kleine Fritz und der Starke Fritz lebten zusammen in einem einsamen Haus am Waldesrand. Gemeinsam sorgten sie sich ums Essen, Kleidung und um die Pflege ihres Hauses. Jeder von ihnen machte das, was ihm am leichtesten fiel. Der Starke Fritz fällt in den Wald Bäume und machte Brennholz daraus. Und der Große Fritz lief mit seinen langen Beinen zur Quelle, um Wasser zu holen. Und der Kleine Fritz blieb zu Hause und kochte das Essen. Abends saßen alle drei immer gemütlich am Feuer und erzählten sich Geschichten. Mensch, Tilly, du hörst ja gar nicht zu. Bitte, Robert, erzähl weiter. Ein andermal. Wenn ich wiederkomme. Och. Mensch, Tilly, du kannst einem auch alles verderben. Also weißt du, Tilly, wenn dir das Frühstück nicht schmeckt und auch nicht das Mittagessen, aber die Pfirsichtorte von deiner Mama, also das verstehe ich nicht. Deine Mama wird ganz traurig sein, wenn du sie nicht anrührst. Da kommt dein Bruder. Der heitert dich bestimmt auf. Hallo. 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 Hallo, Schwesterlein. Robert, Robert, bitte erzähl dem Märchen weiter. Bitte, bitte. Mach ich. Aber nur, wenn ihr es alle wollt. Auch Tilly. Gib dir keine Mühe. Von Tilly wirst du nichts hören. Ich erzähle trotzdem. Also, der starke Fritz und der große Fritz und der kleine Fritz lebten glücklich miteinander bis zu dem Tag, an dem der kleine Fritz nicht mehr länger kochen wollte. Er wollte raus aus dem Haus, in den Wald und auch an die Quelle, wie seine Gefährten. Der starke Fritz und der große Fritz wunderten sich. Wie sollte denn das gehen? Aber sie willigten ein. Am nächsten Tag also ging der kleine Fritz in den Wald, um Holz zu schlagen. Der starke Fritz lief zur Quelle und der große Fritz blieb im Haus, um zu kochen. Aber er konnte nicht kochen. Denn als der kleine Fritz aus dem Wald kam, brachte er nur so viel Holz mit, dass es gerade reichte, die so bevereinenden Lipotana zu wärmen. Mensch, Schwesterlein, so macht das wirklich keinen Spaß. Ich hab's ja gesagt. Sie spricht einfach nicht. Schon vier Tage. Und sie isst doch nichts. Schon zwei Tage. Schwester Sabine ist ganz traurig. Und Oberschwester Isolde sauer. Und der Professor ratlos. Tilly, so wirst du nie gesund. Das hab ich ihr auch schon gesagt. Sollen sie dich vielleicht künstlich ernähren? Mir egal. Na bravo. Sie spricht wieder, wenn's auch totaler Unsinn ist. Tilly, Mama hat gestern den ganzen Abend geweint. Und Papa war auch ganz traurig. Robert, ich will hier essen. Aber ich krieg nichts runter. Nicht mal Mamas Pfirsichtorte. Nicht mal Pfirsichtorte? Aber was ist denn nur los mit dir? Gar nichts ist los mit ihr. Ne Meise hat sie. Gar nicht. Ich möchte nur so gerne das Elefantenbaby sehen. Deshalb bin ich so. Den Elefanten? Den Elefanten? Ich bin noch zur Taufe eingeladen. Und ich hab mich so sehr darauf gefreut. Ich sag's ja. Sie ist nicht ganz dicht. Na ja, wenn das so ist, dann bleibt nur eins. Du wirst das Elefantenbaby sehen. Ich verspreche es feierlich. Das muss in der Familie liegen. Jetzt dreht der auch noch durch. Du wirst es schon sehen. Robert hält, was er verspricht. Immer. Tja. Ja, ja. Nur das Märchen hören wir nie zu Ende. Tag. Guten Tag. Kann ich Sie mal sprechen? Es ist Fütterungszeit. Siehst du doch. Und wann ist die zu Ende? Wenn ich fertig bin. Ich kann warten. Ja. Bist du ja immer noch hier? Ich wollte Sie gern was fragen. Was gibt's denn? Ja, ich... Ich wollte... Nee, nee. Nee, nee. Nicht die alte Leier. Ich brauche niemanden, der mir hilft. Und wenn der Elefanten noch so sehr liefst. Und wenn du wissen willst, wie man Elefantenfleher wird? Das wird man ja nicht. Man wird Zootierfleher. Da musst du dich bewerben. Aber sie nehmen da nicht. Sie nehmen keinen. Nein. Jedenfalls fast keinen. Keine Planstellen. Wenn du weißt, was das ist. Ich will aber gar kein Elefantenfleger werden. Ich dachte. Magst du keine Elefanten? Doch, doch. Natürlich. Sehr. Ich wollte nur fragen, ob man sich mal einen Elefanten ausbauen kann. Einen kleinen. Wie? Was? Was willst du? Hau ab, Mensch. Verkohlen kann ich mal alleine. Ich will sie nicht verkohlen. Wirklich nicht. Ausbeheulen. Einen kleinen. Also, das muss ich ja lassen. Das ist mir noch nicht passiert. Kollege Dünnbier! Ja? Sie sollen in die Futterküche kommen. Sofort. Ich gehe ja schon. Steht rum und quatscht. Was suchst du denn hier? Ja. Für Unbefugte ist der Zutritt verboten. Sind Sie, Herr Stiesel, der Oberelefant? Ja. Ich wollte Sie was fragen. Es geht in den Wettbewerb im Rundfunk. Sie wissen schon. Hä? Meine Schwester hat gewonnen und sie ist eingeladen zur Taufe. Wie schön für Sie. Es ist bloß, sie liegt im Krankenhaus. Kann ich kommen? Das ist ein Pech. Aber sie möchte gern. Sehr gern. Wenn Sie verstehen. Ich verstehe gar nichts. Da sie nicht kommen kann, dachte ich, kommt der Elefant zu ihr. Wie bitte? Ich meine, ob nicht das Elefantenbaby zu meiner Schwester. Natürlich, klar. Nichts leichter als das. Am Montag besucht sie der Elefant. Am Dienstag sagt ihr der Fernsehturm. Guten Tag. Und für Mittwoch bestellen wir dann die Ostsee ins Krankenhaus. Irgendwo bist du nicht ganz dicht. Bitte, Herr Stiesel. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Eine gibt es. Ja? Du verschwindest und zwar auf der Stelle. Das ist die einzige Möglichkeit. Aber. Hau endlich ab. Sie sind kein Oberelefantenpfleger. Sie sind ein Oberstiesel. Freundchen, ich kann auch anders. Ah, prügeln, ne? Mehr können Sie wohl nicht? Robert, Robert, wann kommt Tilly? Wann kann ich das Elefantenbaby sehen? Moment, Moment. Oh, schnell geht das nicht. Hab ich doch gewusst. Leere Versprechung. Nichts weiter. Hey, hey. Was erzählst du denn da? Robert, kommt der Elefant oder nicht? Na, was denn sonst? Natürlich. Es geht nur nicht von heute auf morgen. Er will Zeit gewinnen. Robert, bitte sag, dass er kommt. Er kommt, Tilly. Er kommt. Claudia, weißt du, was du bist? Was denn? Ein pickliges Warzen-Nashorn. Idiot. Aua. Und weißt du, was du bist? Super gemein. Richtig mies. Tilly will den Elefanten sehen. Und du tust so, als ginge das. Es ist aber unmöglich. Völlig unmöglich. Und wenn Tilly das begriffen hat, dann wird sie wieder nicht sprechen, nicht essen und nicht gesund werden. Robert hat es mir versprochen. Stimmt. Ich habe es versprochen. Mach's gut, Schwesterlein. Ich muss los. Tschüss. Und wann hat er jetzt das Märchen für Ende? Herein. Guten Tag. Ich möchte zum Tierparkdirektor. Bin ich hier richtig? Ja. Was kann ich für dich tun? Ich komme an einer persönlichen Angelegenheit. Um welches Tier handelt es sich? Bitte? Hund, Katze, Schwalbe, Schwan, Spatz, Igel, Schlange, Eidechse oder gar ein Storch? Ich verstehe Sie nicht. Was für ein Tier willst du bei uns abgeben? Abgeben eigentlich nicht? Ach, guten Tag, Herr Professor. Tag allerseits. Na, wen haben wir denn da? Ja, er will uns kein Tier bringen. Ich weiß auch nicht. Aha. Na, dann komm mal mit in mein Zimmer, junger Mann. Danke. Aber, Herr Professor, Ihre Termine, Sie sind schon... Eine Viertelstunde zu spät, ich weiß ja. Und daraus wird nur eine halbe Stunde. Bringen Sie mir einen Kaffee? Ja. Selbstverständlich gerne. Also? Also, meine Schwester, die heißt Tilly und liegt im Krankenhaus, im Gipsbett, schon seit vier Wochen. Und vier Monate wird es auch noch dauern, ehe sie wieder laufen kann. Ja, und sie hat den Wettbewerb gewonnen. Hat den schönsten Namen für das kleine Elefantenbaby gefunden. Und ihr Tierpark hat sie zur Taufe eingeladen. Und nun ist sie ganz traurig. Spricht nicht mehr, lacht nicht mehr, isst nicht mehr. Sie möchte unbedingt das Elefantenbaby Tilly sehen. Verstehe. Wenn meine Schwester gesund ist, ist das Baby ein großer Elefant. Sie will es jetzt sehen. Also muss der Elefant ins Krankenhaus. Verstehe. Wirklich? Na, ist doch logisch. Deine Schwester kann nicht kommen, also muss der Elefant kommen. Aber Herr Professor! Genau! Ja, genau! Aber nun mal Spaß beiseite. Deine Schwester tut mir sehr leid. Sag ihr ganz liebe Grüße von mir. Aber um den Elefanten zu sehen, wird sie noch etwas warten müssen. Von allem anderen mal abgesehen, wie und womit willst du denn einen Elefanten transportieren? Und wenn ich was finde, soll ich transportieren? Trabant-Kombi reicht aber nicht. Sei nicht so traurig. Von traurigen Kindern bekomme ich Herzschmerzen. Und wenn ich ein Fahrzeug auftreibe? Ja, ja. Dann sehen wir weiter. Danke, Herr Professor. Vielen, vielen Dank. Das rollt und rattert, quietscht und hupt. Alles ist in Bewegung. S-Bahn, U-Bahn, die Straßenbahn, Motorräder, Fahrräder, Autos, Laster. Und womit transportiert man an Elefanten? Treppen. Können Elefanten Treppen steigen? Höchstens die aus dem Zirkus. Zur S-Bahn steigt man Treppen rauf und zur U-Bahn steigt man Treppen runter. Meistens jedenfalls. S- und U-Bahn kann ich also vergessen. Laster. Am besten so einen Tieflader mit Hydraulik. Das wäre toll. Aber ich kenne keinen, der einen Tieflader hat. Man müsste einen anhalten und fragen. Na klar. Aber die halten ja doch nicht an. Sind ja keine Taxen, wo man nur winken muss. Vielleicht auf einem Parkplatz. Und wo ist ein Parkplatz für Tieflader? An der Autobahnraststätte. Quatsch. Wie soll ich denn da hinkommen? Hubschrauber fällt mir noch ein. Fahrrad. Trabant und Wartburg geht auch nicht. Die Straßenbahn. Klar, Mensch. Vor dem Tierpark ist eine Haltestelle. Und vor dem Krankenhaus auch. Und groß genug sind die Wagen. Nächste Haltestelle steigt in der Weltjugendstation. Noch eine Station. An der Endhaltestelle macht der Fahrer Pause. Dann kann ich ihn fragen. Der sieht ja ganz gemütlich aus. Die Dicken sind meistens freundlicher als die Dinnen. Mal sehen. E-Station, alles aussteigen, bitte. Entschuldigen Sie. Ich entschuldige ja nicht. Ich habe jetzt Pause und Kohldampf. Ich wollte ja nur fragen, ob... Nee, ist nicht abgehoben worden. Geh zum Fundbüro. Oder noch besser, pass auf deine Klamotten auf. Und nun raus mit dir. Dick und gemütlich. Von wegen. Ochse. Aber vielleicht hat er nur Knast. Vielleicht, wenn er gegessen hat und satt ist. Ich muss es probieren. Was soll ich nachher Tilli im Krankenhaus sagen? Ist ja immer noch da. Mich interessieren Straßenbahnen. Sagen Sie mal, wenn Sie könnten, wie Sie wollten. Wie schnell ist denn so ein Tatrapper? Ja, wenn ich könnte, wie ich wollte. Naja, dann, also... Wenn es dann noch berg runter geht, dann sind es schon so... Mensch, das darf ich dir ja ja nicht sagen. Hundert? Ja, mit Rückenwind. Aber da muss man schon fahren können, wenn man das Ding wieder zum Stehen kriegen will. Stimmt's? Stimmt genau. Bist ja ganz schön helle. Äh, finden Sie die Türen optimal? Ich meine, sind sie nicht zu schmal für so viele Leute? Damit die wie eine Hammelherderin stürzen und überhaupt keiner mehr bezahlt? Nee, nee. Aber wenn es mal sein müsste, könnte man die Türen erweitern? Notfalls? Wenn es mal sein müsste, ist der Käse. Das muss nicht sind. Könnte aber doch. Könnte aber doch. Warum denn zum Teufel? Na, wenn man was transportieren will. Was Großes, Breites. Dann nimmt man einen Transportwagen, klar? Das hier, das ist ein Personenbeförderungsmittel. Ist der so groß wie ein LKW? Ja, die Ladefläche ja. Und darauf kommt es ja an, ne? Dann kommt es an. Und ein Elefant? Was? Ein Elefant? Nur mal angenommen. Ging ja da auch ein Elefant drauf. Na du, ist ja. Na also, wenn es sein muss, auch ein Elefant. Kommt man aber schwer ran. An so einen Transportwagen, meine ich. Also, wenn ich will, da kriege ich so ein Ding. Jederzeit. Kann ich mal wiederkommen? Straßenbahnen sind nämlich ein Hobby von mir. Na sicher, mein Junge. Hallo, ihr drei. Hallo, Robert. Robert, wann kommt der Elefant nun? Teelein, alles wird gut. Den Tierparkdirektor habe ich schon rumgekriegt. Und ein Taxi für das Elefantenbaby ist auch schon bestellt. Ein Taxi? Passt dein Elefant rein? Du bist ein Schaf. Das Taxi ist doch kein Auto. So, Robert, gib auf. Und wenn du alles schaffst. Aber eine schaffst du nie im Leben. Niemals gibt Professor Bode die Erlaubnis, dass ein Elefant ins Krankenhaus darf. Aber der Professor ist lieb. Er hat noch nie geschimpft. Lieb? Selbst Robert braucht eine Sondererlaubnis, damit er Tilli mal besuchen kann. Dann kriegt der Elefant eben auch eine Sondererlaubnis. Natürlich. Unterschrieben von Professor und Oberschwester Isolde. Das ist kein Irrenhaus, das ist ein Krankenhaus. Scheiße. Stimmt's, Robert, du schaffst es. Aber klar doch. Gut, ich frag den Professor. Gleich heute. Gleich heute? Der Professor hat ja nichts anderes zu tun. Sitzt nur da und wartet auf dich. Macht's gut. Robert, lieber Robert, bitte, bitte. Eins steht fest. Für den Professor muss mir super was einfallen. Da hat Claudia recht. Termin oder so krieg ich bei dem nie. Mensch, da kommt er ja. Robert, jetzt oder nie? Junge! Hast du dir was getan? Puls normal. Ja, atmen auch normal. Warum macht er die Augen nicht auf? Keine äußerlichen Kopfverletzungen. Die paar Stufen sollten ihm auch nichts ausgemacht haben. Na, na los. Transportieren wir ihn erst mal auf die nächste Station. Vorsicht, komm. Und ganz langsam. Ja, geht's. Ja. Oberschwester Isolde, spritzen wir ihm was, damit er wieder auf die Beine kommt und dann ab mit ihm zum Röntgen. Jawohl, Herr Professor. Wo bin ich? Was ist los? Die Treppe bist du runtergefallen, das ist los. Wo tut's denn weh? Eigentlich, eigentlich tut gar nichts weh. Na, na also. Oberschwester, Sie achten darauf, dass unser Akrobat noch ein halbes Stündchen liegen bleibt, ja? Ah, ah, ja, jetzt wird mir wieder ganz schwindelig. Doch, eine leichte Gehirnerschütterung. Herr Professor. Her mit der Spritze. Nein, keine Spritze. Ich hab... Ach, jetzt geht es wieder besser, oder? Ja, nein, also ich... Die Pupillen sind völlig normal. Ich glaube... Genau das glaube ich auch, Oberschwester. Also, unsere Intensivtherapie. Ja. Zwei Flaschen Lebertran einzunehmen sofort. Danach eine Stunde ins Schlammbad mit ihm. Jawohl. Dann wird er wieder ganz lebendig. Nein, bitte keinen Lebertran. Herr Professor. Ja? Ich muss Sie sprechen. Ach nee. Und deshalb fällst du die Treppe herunter? Stimmt, weil ich Sie sprechen muss. Und zwar allein. Allein? Es geht um Leben und Tod. Das ist kein Irrenhaus. Ganz richtig, Oberschwester. Sie haben recht, wie immer. Und jetzt lassen Sie mich bitte mit unserem Akrobaten allein. Unglaublich. Also. Ich... Ich höre. Ich brauche eine Besuchssondererlaubnis. So? Für wen denn? Für einen Elefanten. Und wen soll der Elefant besuchen? Meine Schwester Tilly. Sie wünscht es sich so sehr. Und sie wird nur gesund, wenn sie den Elefanten sehen kann. Ja, prima. Dann kann ich ja nach Hause gehen. Wir holen Elefanten, Affen, Nashörner, Tiger, Löwen, Giraffen und Pinguinen ins Krankenhaus. Und schon sind alle Patienten geheilt. Herr Professor. Ja? Sie kennen meine Schwester nicht. Wenn sie einen Elefanten sehen will, dann will sie ihn sehen. Da können hundert Ärzte nicht helfen. Und wenn ich ihr nicht bald den Elefanten beschaffe, dann hört sie wieder auf zu essen und zu sprechen. Und meine Mama weint wieder den ganzen Tag. Bist du beim Zirkus? Nein. Und dein Vater ist nicht zufällig der Tierparkdirektor? Nein. Gut. Dann sollst du die Sondererlaubnis haben. Danke. Und Oberschwester Isolde? Richtig. Was du, die fragen wir erst danach. Sie sind der tollste Professor, den ich kenne. Noch eins. Sollte dieser Elefant zufällig einen vereiterten Blinddarm haben, operiert wird er in meiner Klinik nicht. Verstanden? Alles klar. Wunderbar. Gut. Nun habe ich schon zwei Professoren auf meiner Seite. Wer ist denn der andere? Der Tierparkdirektor. Straßenbahnen sind mein Hobby. Na, dufte. Bitte entschuldigen Sie, es war eine Notlüge. Sie müssen mir helfen. Es gibt Ihnen das Leben meiner Schwester. So einen Transportwagen für einen halben Tag nur. Das ist doch für Sie kein Problem. Ich, wenn ich will. Jederzeit. Haben Sie gesagt? Hab ich das? Haben Sie. Ja, aber es werden Betriebsfremde damit fahren. So ein Elefant gehört ja nun nicht direkt zur Belegschaft. Nicht direkt. Wir brauchen eine Genehmigung unseres Direktors, sonst läuft da nichts. Wo finde ich den? Nee, nee, nee. Lass mal. Den übernehme ich. Na, vielen Dank. Und Sie sind sicher, Sie fühlen sich ganz wohl. Und ich, ich bin völlig in Ordnung. In einer halben Stunde beginnt mein Dienst auf der 17. Sie wollen nicht bei Dr. Hartleib vorbeigehen. Vorsichtshalber. Verdammt noch mal. Ich spreche doch wohl Deutsch. Ich habe gesagt, was ich will. Einen Transporter für den Vormittag. Um einen Elefanten zu transportieren. Sie haben es erfasst. Wie lange sind Sie schon bei der Bahn? Zehn Jahre. Und die Dienstvorschriften sind Ihnen bekannt? Die sind mir. Sehr gut so, ja. Aber ab und zu muss man genau diese Vorschriften verjessen. Ich muss doch sehr bitten. Hätte ich mir vor drei Jahren an die Vorschriften gehalten, ja? Da wären die 17 und die 49 auf dem Hachschen Markt zusammengestoßen. Aber lieber Kollege, da ging es darum, eine Katastrophe zu verhindern. Eine Katastrophe? Ein todkrankes Kind ist für Sie keine Katastrophe? Selbstverständlich. Aber was hat denn das mit den Vereinigten Verkehrsbetrieben zu tun? Wissen Sie, was Sie sind? Ein seelenloser, vertrockneter Bürohengst. Den Tierparkdirektor hast du rumgekriegt. Und den Professor auch. Du bist der liebste Bruder auf der ganzen Erde und von allen Sternen. Und der Straßenbahnfahrer kümmert sich um den Transportwagen. Alles klar. Weißt du, das Elefantenbebe hier vor deinem Fenster. Wirklich, Robert. Wie du den Professor rumgekriegt hast, ist spitze. Hättest du zwei Flaschen Lebertran getrunken? Quatsch. Trotzdem, dass er einen Elefanten in sein Krankenhaus lässt. Wer lässt wen ins Krankenhaus? Der Professor. Den Elefanten. Seid ihr dann bescheuert? Das war's dann wohl. Ein Elefant im Krankenhaus. Nur über meine Leiche. Der Professor hat's schon erlaubt. Ich kündige. Tag. Du bist's. Und? Ja, was denn und? Na, der Straßenbahndirektor. Erlaubt er's? Ja, ja. Ja, wir schaukeln das Ding. Das ist doch Irrensache. Prima. Jetzt muss ich nur noch mal zum Tierpark. Ich glaube, es wäre gut, ich hätte was Schriftliches. Wieso was Schriftliches? Na, für den Tierparkdirektor. Damit er sicher ist, ich befördere sein Elefantenbibel nicht mit einer Schubkarre. Na klar, klar. Du brauchst was Schriftliches, ja. Also, ich hol dir einen Fahrauftrag. Sekunde. Hier ist der Fahrauftrag. Fahrauftrag? Wofür? Na, für den Transport des Elefanten. Sie haben gesagt, wenn ich eine Möglichkeit habe, das Elefantenbaby transportieren zu lassen, dann... Ach, ja. Ja, dann reden wir noch mal über die Sache. Gut, reden wir. Ja, weißt du, das ist so. Für die Elefanten, da ist eigentlich der Oberelefantenpfleger zuständig. Der Stiesel? Herr Stiesel. Aber, aber Sie sind doch der Direktor. Richtig, ja. Ja, ich bin der Direktor und verantwortlich für das Große und Ganze. Aber, wenn es um die Tiere geht, dann haben andere auch noch ein Wort mitzureden. Sie sind so gemein. Sie halten Ihr Wort nicht. Wenn meine Schwester nicht mehr gesund wird, sind Sie schuld. Beim Oberilfantenpfleger, diesem Oberstiesel, war ich schon. Der erfährt keine Genehmigungen, sondern Ohrfeigen. Ach! Na, na warte doch. Lass uns in Ruhe darüber reden. Hallo. Hallo, Robert. Erzählst du heute dein Märchen zu Ende? Robert, ich habe heute Nachschlag zum Mittag gegessen. Es ist schief gelaufen. Stimmt's? Tilly, ich habe es versprochen. Und ich habe alles probiert. Aber es geht nicht. Du wirst das Elefantenbaby nicht sehen können. Nicht jetzt, nicht im Krankenhaus. Thomas, bitte sei mir nicht böse. Tilly, bitte sei nicht traurig. Und weine nicht. Sag was. Robert, hör auf. Ich bin auch nicht traurig. Nur ein bisschen. Und den Elefanten gucke ich mir im Tierpark an. Im Winter, wenn ich wieder laufen kann. Und so ganz groß ist er dann bestimmt noch nicht. Kein Elefantenbaby mehr. Aber ein Elefantenkind. Klar, Robert. Im Winter gehen wir alle zusammen. Du, Tilly, Eva und ich. Das wird ganz schau. Wirst sehen. Danke, Claudia. Du bist doch kein pekliges Wartzen-Nashorn. Da, Schwester Sabine. Robert, warte mal. Ich will zu meiner Schwester. Das geht heute nicht. Warum? Anordnung vom Professor. Aber warum? So genau kann ich dir das auch nicht sagen. Geht's dir nicht gut? Wir müssen abwarten. Erstmal braucht deine Schwester Ruhe. Aber ich mach gar keinen Krach. Robert, glaub mir, es geht nicht. Na gut. Komme ich morgen. Morgen kommen deine Eltern. Sie haben angerufen. Besuch's Tilly nächste Woche. Dann geht es ihr sicher besser. Aber Schwester Sabine, sagen Sie ihr wenigstens, dass ich da war. Natürlich. Und wenn du kommst, melde dich erst bei mir. Klar? Klar. Schwester Sabine? Moment, komme gleich. Schwester Sabine, darf ich heute zu Tilly? Tag, Robert. Darf ich? Geh rein, sie wird sich freuen. Aber nur fünf Minuten. Also geht's ihr nicht besser. Sie ist sehr schwach, schläft fast immer. Ich weiß, von Mama und Papa. Tilly. Ich bin's, Robert. Ob ich sie wecke? Versuch's. Wenn sie mal wach ist, fragt sie immer nach dir. Warum geht es ihr denn plötzlich so schlecht? Selbst der Professor weiß es nicht. Sie machen alles Mögliche mit Tilly. Aber... Schwester Sabine füttert sie meistens. Tilly. Tilly, wach auf. Robert? Ja, ich bin's. Kommst du morgen wieder? Das weißt du doch. Aber nicht vergessen. Tilly. Sie ist schon wieder eingeschlafen. Warum ist sie so schwach? Robert, der Professor will dich sehen. Mich? Ja, dich. Komm mit. Tag, Robert. Na, wie geht's? Mir geht's gut, aber... Aber deiner Schwester nicht, ich weiß. Deshalb hab ich dich auch herbestellt. Vorige Woche hab ich mit deinen Eltern gesprochen. Und ich musste Ihnen sagen, dass der Heilungsprozess bei Tilly Starnier da so gebremst ist. Du verstehst. Dabei sah das alles schon so gut aus. Der kindliche Organismus ist sehr widerstandsfähig und kann sich extrem in Situationen manchmal besser anpassen, als es bei Erwachsenen der Fall ist. Aber es spielen auch psychische Faktoren eine entscheidende Rolle. Also, ob ein Kind den Willen hat, gesund zu werden, ob es sich geliebt fühlt und verstanden. Wir Ärzte haben Tilly wirklich gründlich untersucht. Es ist nichts festzustellen. Aber deine Schwester wird von Tag zu Tag schwächer. Irgendetwas muss geschehen. Ja, und deshalb meine Frage an dich, Robert. Wie steht's mit dem Elefanten? Herr Professor, das ist nicht Ihr Ernst. Mein voll Ernst. Ist sie ohnmächtig? Keine Sorge. Aber sie hat sich völlig umsonst aufgeregt. Ich hab's nicht geschafft mit dem Elefanten. Ja, an wem liegt es? Wer ist der Verbrecher? Der Tierparkdirektor. Na, das werden wir ja sehen. Herr Professor, meine Zustimmung kriegen Sie nie. Das ist kein Irrenhaus. Das ist ein Krankenhaus. Jawohl. Ein Elefant nur über meine Leiche. Ja, bitte verbinden Sie mich mit dem Tierpark. Ja, sicher mit dem Direktor. Dachten Sie, mit dem Häuptling der Schimpansen? Ja, einen wunderschönen guten Tag, Herr Professor. Ich will Ihre Zeit nicht lange in Anspruch nehmen. Ich weiß ja, wie beschäftigt Sie sind. Kurz, ich brauche einen Elefanten. Für, na sagen wir... Zwei Stunden. Ja, zwei Stunden. Oh nein, nicht schon wieder. Ich habe doch dem Jungen gesagt, ich kann das nicht allein entscheiden. So. Da hat mein Ober-Elefantenpfleger auch ein Wort mitzunehmen. Aha, ja, dann fragen Sie ihn doch. Aber denken Sie daran, sollten Sie mal mit einem vereiterten Blinddarm in meine Klinik kommen, dann frage ich dann auch erst meinen Assistenzarzt, ob ich operieren darf. Tja, und wenn der dann Nein sagt... Schon gut, schon gut, ja, 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 ich nehme es auf meine Kappe. Also, zwei Stunden am nächsten Freitag. Na, besten Dank. Und wenn ich mal was für Sie tun kann... Ja, sehr liebenswürdig. Ja. Jetzt bleibt nur noch Oberschwester Isolde. Na, na, die übernehme ich. Komm, Tillylein, komm, du komm. Ja, na, schön vorwärts. Na, Tilly, nicht stehen bleiben. Vorwärts, doch nicht stehen bleiben. Ich habe Brot mit und Moorrüben. Ja, sehr gut. Stell dich oben auf den Wagen und locke sie damit. Tilly, Tilly, komm her. Hier, Tilly, komm. Ja, duft, er geht alles. Nur noch ein kleines Stück. Komm, Tilly, komm, komm her. Sie will nicht mehr. Los, alle Mann schieben. Also, und eins, zwei, drei und los. Ja, Tilly, ja, noch ein Stückchen. Gleich, gleich, gleich. Nicht so laut, sonst hoppst du uns wieder runter. Ich gehe jetzt mal nach vorne. Ja. Und schön vorsichtig anfahren. Und der Oberstiesel, äh, der Oberelefantenpfleger. Wie haben Sie den rumgekriegt? Ich habe ihn auf eine Dienstreise geschickt. Aha. Als Tierparkdirektor ist man also mehr für Dienstreisen als für Tiere zuständig. Einsteigen, bitte. Einsteigen, meine Herrschaften. Die Fahrt geht los. Ja. 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 Herr Professor, Sie haben mich rufen lassen. Oberschwester, ich sitze in der Klemme. Kann ich Ihnen helfen? Ja, Sie können, Pferdester, Sie können. Es geht um eine hochwichtige Angelegenheit. Also, man möchte wissen, wie häufig die verschiedenen Vornamen bei unseren Mitarbeitern vertreten sind. Also, wie viele heißen Klaus oder Peter oder Sigrid oder Christina oder, ja, klar. Wer will das wissen? Und warum? Das Ministerium. Als ob wir nichts Besseres zu tun hätten. Sie sagen es, Oberschwester, Sie sagen es. Hier sind die Unterlagen, die kare Unterlagen, streng, vertraulich, natürlich. Sie dürfen das Zimmer nicht verlassen. Wer? Ich oder die Akten? Beide. Oberschwester, beide. Sie und die Akten. Mahlzeit. Mahlzeit, Schwester Sabine. Na, was gibt's heute? Ratet mal. Hm, Vanillepudding. Ja, falsch. Currywurst. Ganz falsch. Schokoladenpudding. Oh, richtig. Iiii, Sauerbraten. Woher warst du denn das? Wenn Schokoladenpudding gibt, gibt's immer Sauerbraten. Interessant, was du nicht sagst. Klar. Und zu Pflaumen ist ein Topf. Immer. Schwester Sabine, Sie sollten öfter hier essen. Wird ihr das? Was ist das? Ich höre nichts. Ich auch nichts. Tilly, schaffst du's heute allein oder soll ich dir helfen? Nur mit dem Fleisch. Das ist sowieso klein geschnitten für euch. Seid doch mal still. Hört ihr denn nichts? Was sollen wir hören? Einen Elefanten. Tilly, du fantasierst ja. Wirklich, Tilly, da ist nichts. Doch, doch, bestimmt. Robert, er hat es geschafft. Hurra, das ist Tilly, mein Elefantenbaby. Tatsächlich. Da steht ein Elefant. Und Robert. Schnell, Schwester Sabine, schieben Sie mein Bett ans Fenster. Wir wollen euch auch sehen. Nein, nein, gleich, gleich. Aber zuerst ist Tilly dran. Komm. Siehst du? Wie niedlich sie aussieht. Und wie hübsch. Tilly, Tilly, Tilly. Tilly, Tilly. Herr Professor, sie hat mir geantwortet. Haben Sie es gehört? Wir sind ja nicht kaum, Tilly. Tilly, wie gefällt dir deine Namensvetterin? Komm her, Robert. Ich muss dir einen großen, dicken Kuss geben. Du bist der liebste Bruder von der Erde und allen Sternen. Alle sind lieb. Der Tierparkdirektor, der Straßenbahnfahrer und der Professor und der Elefantenflair. Und überhaupt alle. Ein Elefant im Krankenhaus. Herr Professor, in unserer Klinik heißen 55 Leute Klaus, 56 Peter 38 Thomas Und eine hieß Isolde, ich kündige. Oberschwester Isolde. Herr Professor, ich will nicht in einer Klinik arbeiten, in der den Ärzten nichts Besseres zur Heilung einfällt, als einen Elefanten heranzuschleppen. Oberschwester, manchmal braucht es zur Heilung noch ein bisschen mehr als ärztliche Kunst. Oberschwester Isolde, sehen Sie sich doch Tilli erst einmal an. Sie ist so niedlich. So einen schönen Elefanten haben Sie doch noch nie gesehen. Und sehen Sie sich vor allem unsere kleine Patientin an. Herr Professor, ich möchte... Sie möchten Ihre Kündigung zurücknehmen. Kommen Sie, kommen Sie. Wir genehmigen uns jetzt einen Kaffee und lassen die Kinder mit Ihrem Elefanten allein. Ich freue mich so. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Niemals. Ein Richter-Elefant mit einer ganz langen Nase. Das ist ein Rüssel. Genau. Rüssel heißt das. Tilli, nun bilde dir mal bloß nichts ein. Auf überhaupt nichts. Höchstens auf deinen Bruder Robert. Wir brachten Elefant im Krankenhaus ein Hörspiel von Gabriele Herzog Dramaturgie Christina Schumann Es spielten Tilli, Maxi Nachtigall Robert, Robert Pedersen Eva, Ulrike Heine Claudia, Sandra Hoffmann Oberschwester Isolde Eva-Maria Barth Schwester Sabine Gundula Köster Klinikdirektor Hans-Jürgen Hörig Elefantenpfleger Jens-Uwe Bogatke Oberelefantenpfleger Stiesel Peter Dommisch Tierparkdirektor Klaus Mertens Klaus Mertens Straßenbahnpfleger Günther Junghans Direktor aller Straßenbahnen Klaus Hecke und andere Schnitt Jörg Teil Ton Heide Rose Reichelt Regieassistenz Evelyn Fuhrmeister Regie Marita Hühner Elefant im Krankenhaus Ein Hörspiel von Gabriele Herzog Das sieben Tage dicho Jörg acetone Du